Das ist sicher verfassungswidrig, hieß es im vergangenen Jahr immer wieder, wenn von Seiten des Gesundheitsministeriums neue Verordnungen ins Leben gerufen wurden. Nun wurden gleich 20 Verordnungen vom Verfassungsgerichtshof aufgehoben. Im Jahr 2021 kam der Verfassungsgerichtshof in 20 Verfahren zum Ergebnis, dass Covid-19 bezogene Verordnungsbestimmungen verfassungs- bzw. gesetzeswidrig waren. Unter diesen Verordnungen befindet sich zum Beispiel die Benutzung von Kraftfahrzeugen, durch nicht im gemeinsamen Haushalt lebende Personen, die Einhaltung des Mindestabstandes von einem Meter im Freien, die Ausnahme vom Ausgangsverbot für Begräbnisse bis zu 50 Personen oder das Verbot, private und öffentliche Kinderspielplätze zu betreten. Insgesamt urteilten die Höchstrichter 20 Mal gegen Bestimmungen, die vom Gesundheitsministerium, von einem Bundesland oder einer Stadt erlassen worden waren. Meistens fehlte eine ausreichende Dokumentation über die Verordnung oder die gesetzliche Grundlage dazu. In einem Fall wurde der Gleichheitsgrundsatz verletzt. Welche Verordnungen es genau betroffen hat, hat die Parlamentsdirektion in einer Tabelle aufbereitet. Diese finden Sie unter www.parlament.gv.at